Was geht ab, Leute? Wir haben was geplant. Eine Überraschung für Pavle. Wir dürfen es nicht wissen. Er denkt jetzt Radiointerview, dass wir einen Blog drehen für ein Radiointerview. Eigentlich sieht er sein mit einem ganzen Idol und ich hoffe es klappt gut. Ich bin ein bisschen auf der Fahrt und alles wegen dem Interview. Dann sehen wir uns später. Tschau heute und danke an Rising Media für die schnelle Lieferung der Kamera. Ja, Mann. Was machen wir denn? Wir fahren jetzt gerade zu einem Radiointerview, wo wir vor einer Stunde Bescheid bekommen haben. Licht, dass wir dabei sind. Hier ist unser Manager, der gerade konzentriert Auto fällt. Was geht ab, Leute? Wir sind gerade mit uns im Parkhaus. Wir drehen in Stuttgart, Mitte, Königstraße. Wir müssen stehen machen. Wir sind eine halbe Stunde zu spät. Wir müssen rennen. Wir müssen rennen. Darauf wird noch alles klar. Rennt mit mit uns, Leute. Wir sind jetzt noch mal vor dem Gebäude. Julian, viel Spaß beim Schneiden. Ja, viel Spaß beim Schneiden. Wir sind auf der Königgesstraße mit dem, stare Tor gebehindert. Ich glaube Fass es. Wir haben davon gekauft. Ich bin auf jeden Fall. Das ist eine geschrickte Waage. Es gibt immer eine Überraschung. Es gibt immer eine Überraschung. Wie geht's? So, es ist fertig. Interview, Interview! Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste es nicht. Wie habt ihr seine... Wie ist der Überraschung? Hallo! Wir sind in Überraschung. Super! Interview, Interview! Ja, ich gucke euch! In Stuttgart, der Ort ist kein Schlossplatz. Ich wusste es, weil es nicht so gepasst hat. SWR 3 und so. Ich danke euch. A-HU! A-HU!